Hallo, mein Name ist Cynthia Detzler und ich bin ein Jenseits-Kontakt-Medium. Kann ein Jenseits-Kontakt heilsam sein? Ja, das kann er. Das durfte ich in so vielen Kontakten schon live miterleben, durfte ich durch so viele Feedbacks, die mir Klienten geschrieben haben, erfahren. Ein Jenseits-Kontakt zeigt dir, dass deine Liebsten immer noch an deiner Seite sind, dass sie dich nicht im Stich gelassen haben, dass sie nicht einfach gegangen sind und die Tür hinter sich geschlossen haben. Viele meiner Klienten berichten mir davon, dass eine Jenseits-Kontakt-Sitzung ihnen viel mehr geholfen hat als so manche psychologische Unterstützung, wobei ich immer sage, es ist ganz wichtig, auch diese Art von Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil gewisse Dinge müssen einfach hier im Irdischen bearbeitet werden. Also am besten sollte man beides tun. Also ja, kann.